Ist die Stadt Zürich tatsächlich so grau, wie man ihr nachsagt? Oder ist sie eher blau wie der See und die Tram oder etwa grün wie ihre Parks und Promenaden? In einer fünfjährigen Forschungsarbeit setzte sich die Fachstelle Farbe und öffentlicher Raum vom Haus der Farbe intensiv mit der Farbigkeit der Stadt Zürich auseinander. Entstanden ist ein farbspezifisches Planungs- und Beratungsinstrument für alle am Bau beteiligten Akteure. Die Box Farbraum Stadt. Um eine solide Ausgangslage zu schaffen, haben Studierende in einem ersten Schritt sämtliche Fassadenfarben Zürichs erfasst. Die Ergebnisse wurden als Plan dargestellt und statistisch ausgewertet. Die Farbpunkte in der Karte entsprechen den dominierenden Farben der Fassaden. So ließ sich die Farbidentität Zürichs und der einzelnen Quartiere beschreiben. Neben dem städtebaulichen Blick wurde auch der Fokus auf den Einzelbau gelegt. In der Box sind 96 Farbporträts qualitätsvoller Bauten enthalten. Sie sensibilisieren für Farbklänge und Farbnuancen. So kann zum Beispiel aufgezeigt werden, dass in der Architektur eine andere Buntheitsskala gilt als im Design oder in der Mode. Denn Fassadenflächen sind groß, wodurch die Wirkung ihrer Farbe potenziert wird. Und auch der Kontext ist in der Regel nicht bunt, sodass ein Farbton schneller als bunt wahrgenommen wird. Ich brauche also kein Signal rot zu streichen, um ein Haus rot erscheinen zu lassen. Ein weiteres Instrument aus der Studie Farbraumstadt ist der Epochenfächer, der Fassadenfarben aus den jeweiligen historischen Zeiträumen aufzeigt. Anders als in Zürich, wo der urbane Kontext im Vordergrund stand, wurde in der Studie Farbkultur im Thurgau, der historisch-ländliche Raum, untersucht. Hierzu wurden für den Kanton typische Siedlungsstrukturen exemplarisch untersucht. Zu jeder Typologie ist eine Farbkarte entstanden, welche die Farbidentität des Ortes wiedergibt und als Grundlage für künftige Farbentscheide dient. Bei der Typologie Bauen in der Natur wurden nicht die Farben der Häuser abgenommen, sondern die Farben der Natur. Daraus wurden vier Jahreszeitenbilder gelegt. Zu diesen wechselnden Farben der Natur wurden anschließend Fassadenfarben entwickelt. Hierbei sollte die Architektur mit der Natur einen interessanten und respektvollen Dialog eingehen. Aus den Erkenntnissen der Studie entstanden ein Buch, eine Wanderausstellung und das Praxishandbuch Farbklänge am Bau. Dieses Instrument soll das Komponieren von Farbklängen für einen spezifischen Bau im entsprechenden Kontext unterstützen. So zum Beispiel für einen historischen Fachwerkbau. Im Thurgau gilt der traditionelle Dreiklang der Farben weiß, rot und grün. Unten ist jeweils die Fassadenfarbe. In der Mitte sehen wir die Farbe des Fachwerks. Oben die Farbe der Fensterläden. Das Praxishandbuch zeigt auf, dass auch innerhalb einer historischen Farbpalette Bauten mit unterschiedlichem Charakter gestaltet werden können. Instrumente zum Farbgestalten verstehen sich nicht zur Reglementierung oder als Rezepte, sondern möchten sensibilisieren und befähigen. Darum ist bei jedem Instrument eine Bestandsaufnahme vor Ort Ausgangspunkt der Studie. Die Instrumente dienen primär der Kommunikation und stecken dafür einen objektiven und nachvollziehbaren Diskussionsrahmen ab. So kann die Identität eines Ortes gestärkt werden, ohne dass dabei der Spielraum für innovative Ideen verloren geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.